Das Thema dieses Films sind Bluttransfusionen und Organtransplantationen. Bei einer Blutspende dürfen dem Spender nicht mehr als 450 ml Blut auf einmal abgenommen werden. Das gespendete Blut wird im Beutel gesammelt und aufbewahrt, bis ein Patient es benötigt. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.